herzlich willkommen zur vier und siebzehnten folge in das verursachen doch mit dem max habe ich nicht das war schon das war schon mal okay haben wir nicht so viel wir müssen alle nicht abreißen ja ja das problem ist halt weil ich weiter so das war ganz kurz weil jetzt wird ziemlich kritisch dass man erst die munition hier voll laufen warum lockst du denn die viecher jetzt an damit das nicht so viele werden also ich wir sind da am bauern die reißt du alles wieder ab hör auf die viecher die reifen fließt wenn dann nicht an natürlich reifen die fließbänder an legt da strom hin strom da kommen wir jetzt hast du maulen land ja gut sitzt davor so jetzt sind wir eigentlich schon kompletter trigger reichweite zumindest für die die vorne twitter so und jetzt siehst du zu triggern und ich laufe stehe da oben ich gehe nach oben ich gehe nach oben du warst zu früh zu machen ja es ist egal ich muss mich jetzt erstmal warte 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 ich muss mich jetzt mal ganz kurz heilen das problem ist wenn ich mit der ray gun schieße dann kriege ich eine movement strafe von 95 prozent das heißt ich kann dann kurzzeitig überhaupt gar nicht laufen ok ok los erstmal kurz warten damit die sputte bisschen despawn ja und die sputte muss man wirklich spawnen dass du wieder laufen dass man wieder laufweg der freiheit erstmal laufweg sind mir eigentlich egal so lange wie ich halt diese penalty ist heftig die haut richtig rein 95 prozent das ist beide ok 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 vieles damals schon weg knapp die hälfte da kommen noch roboter von dir warte erst mal sagen wir die ein und mach aus meine roboter sind nicht aus auch die waren aus die munition kommt noch nach wie kannst du vergessen die kampfschwurflinte du müsstest mal wieder weglocken ich versuche es von unten erst mal heilen ein wohn weg hätte eigentlich frisch mitnehmen müssen Wieder ein Nest weg? Gut, jetzt wird es natürlich immer einfacher. Ich nehme das Nest zu dem Wurm. Jawohl. Eins noch. Warum? So weit wollen wir auch gar nicht. Ja, trotzdem. Sonst haben wir wieder Dauerantreffer. Ja, wir haben auch keine Konventionen auf dem Band. Doch, haben wir noch. Äh, nein. Ist schon mal voll. Nein. Guckt mal hier vor. Ja, ich sehe es. Wir müssen eigentlich jetzt erstmal warten. Dass sich das Band erstmal wieder gestaut hat. Obwohl, das ist erst da vorne. Könnte man versuchen. Wenn mal die Roboter erstmal rein kommen würden. So, wo ist der Strom? Ja, ich baue hinten gerade erstmal ab. Dann abend kann ich ein bisschen die Munition erholen. Und dann... Ja, aber dann machen wir es mal so. Wir sollen hier mal ein bisschen reparieren, die ganzen Kram. So, komm. So, komm. Ich nehme die Termine noch eben mit. Ohne Idee, wir haben ein bisschen mehr Munition drehen. Kommst du jetzt? Ja. Ja, ich habe eben nur das unterste Fließband einmal umgedreht. Dann haben wir die Munition auch zur Verfügung. Alter. Aber gut, da sind relativ viele kleine dabei. Ja. Okay. Jetzt nicht mehr. Wow. Verdammt, 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 verdammt. Ja. Wollen wir versuchen, ob wir noch mal näher rankommen? Müssen wir. Müssen wir. Ja, ich war schon vorne, wo du es gesagt hast. Man sollte nicht in der Sputte sterben bleiben. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu nah. Ich muss kurz warten, dass meine Roboter sind. Und eventuell mal so zwei, drei Pünktchen mehr Leben wäre auch nicht schlecht. Das ist eindeutig zu nah. Du kannst nicht bauen ohne, äh, da bist du wieder fünf, jetzt fliehst du wieder weg, Opa. Oh, jetzt geh doch mal weg hier. Oh, jetzt geh doch mal weg hier. Strom. Ja, verpiss dich hier. Oh, echt jetzt? Ja, das ist jetzt natürlich richtig scheiße gewesen. Aber jetzt greifen sie mich an. Alter, jetzt sitzt doch. Ja, du sollst doch nicht stehen bleiben. Die greifen da mit Massen an und du darfst einfach stehen. Ich hab das Schissverwassel betal geholt. Ja, warum? Weil du hinten warst. Du sollst Strom setzen, die Hälfte an. Ja, die Hälfte, die andere Hälfte schon war verteidigt. Ja, aber das sind die nie im Leben überlebt. Hätten die lange noch überlebt in der Zeit hätte ich den anderen Strom gesetzt und dann... Genau. Bis klar. Ja. 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 noch mal auf hier! Wo bleibst du? Gleich da! Gib Gas! Toll! Versuch mal zu reparieren! Komischerweise habe ich nicht mal die Benachrichtigung bekommen, dass ich gestorben bin, aber okay. Ich aber! Einfach so gefallen, hat keinen Bock mehr gehabt. Stress, Stress, Stress! Also vor dem Mal haben wir die Vorstellung weiter. Ah! Theoretisch. Das war's. Okay. Hier ist wir haben fast keine munition werden das band das sieht so übel aus Ich habe das gefühl dass die für die möglichkeit der waffen die du hast leicht überpower sind Auf jeden fall herausfordernder überpower weiß ich noch nie aber auf jeden fall herausfordernder Das ist doch ich meine mauer vorgesetzt ja mal gucken wo man leicht ist nach vorn kannst du nach oben locken ja ich kann es probieren Ich habe mal probiert noch ein bisschen nach vorne zu sehen aber keine chance keine chance Er hat zu zweit können was wir schaffen ich setzte jetzt erst mal nein 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 vergisst es weil dann würden die türme dauerhaft ballern Die türme äh die die würmer äh die das sind einfach so viele würmer Weil wir oben kriegen jetzt schon nur noch aber jetzt schon nur noch Ein halbes band mit munition hin Das ist der wahnsinn Oh 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 Yes crafting speed of 3 war es glaube ich ne Ja ich glaube ich bin so oft gestorben ich kann es nicht mehr im shit sehen Wenn wir jetzt 4 machen müsste es das war vorher 3 war vorher auch crafting speed Ok Also Vielen Dank. Oh, jetzt geht es rund hier. Was wir bräuchten, wäre eine Waffe, die eine höhere Reichweite hat als die Würmer. Tja, das könnte schwierig werden. Damit wir die Würmer wegwohnen können außerhalb ihrer Reichweite. Was hat denn an der Mini dann für eine Reichweite? Äh, 24. Was haben die Würmer? Äh, 30. 30? Äh, ja. Scheinfleisch, da wo liegt mal eine Leiche zwischen den ganzen Leichen. Hier. Hier, wo ich jetzt stehe. Ach, ja, ja. Komm hinter die Mauer, du bist fast tot. Ja, ich weiß. Versuch erst mal so ein bisschen die Mauer und sowas wieder zu heilen. Weil wenn die da durchkommen und die Dings kaputt machen, die, ähm, die Greifer haben wir, dann sind wir ziemlich am Hintern. Wir haben mittlerweile schon echt nur noch ein halbes Band Munition hier liegen. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr. Kannst du mal sterben? Ich habe noch mal ein Nest weggemacht. Ja, ich habe schon jetzt drei oder vier Nest weggemacht, wo du tot warst und fünf Würmer oder so. Ja, ich weiß, ich sehe es ja, aber... Okay, jetzt haben wir ein Problem. Keine Munition mehr. Scheiße, auch tot. Bring mal ein bisschen Räger Munition mit, wenn wir was haben. Ja, der war mal eine Leiche, da ist noch eine normale Munition drin. Ja, meine Munition habe ich, aber sie bringt halt nichts. Ja, dann schieß mal auf das eine Nest, was ich so fast, was ich fast zerstört habe, damit, dass sie sich wieder hochweilt. Ja, bringen die Räger Munition mit und siehst du, dass du jetzt Vollgas gibst. Ja, ich laufe so schnell wie ich kann. Na, ich komme da jetzt nicht mehr ran. Das sind wieder zu viele Viecher hier. Und wir haben halt fast keine Munition mehr. Ich habe vier Magazine für dich. Ja, das ist doch schon mal etwas. Vier Magazine wären schon mal vier Nester. Ja, so viel haben wir doch gar nicht mehr da, oder? Vier, fünf? Sieben. Sieben doch, okay. Ja, wir haben die Hälfte jetzt ungefähr. Hä, oh, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Wo bist du? Hinterröft-Verteidigungslinie. Gut, komm, los weg. Wir müssen jetzt da wegmachen. Einer ist weg. Opa auch gleich weg. So, versuchen wir nach oben wegzulocken. Weit nach oben. Jetzt kriegst du auf. Oh, Mann, ey. Das ist doch nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Ein Wormwellen? komm ich an meine leiche ran ja ja das ist doch zumindest schon mal etwas ein nest rein wo ist mein leiche hier unten auf der hater wo gerade die fiecher land laufen ein würmchen weniger ein würmchen weniger ein opfer weniger unter umständen und ein grad zu gerät so zwei nester noch und 1 2 3 5 6 6 wir uns noch mal die nächsten wir mal das sind halt die sachen ob wir du mal wenn ich probiere mal drum herum zu laufen das von hinten kommt dass du nicht erst vorbeilaufen muss ja weil ich muss mir das wollen aber ich habe einen weg das nächste wir haben wir zumindest schon von den würmern angegriffen und den kann man ja ausweichen du kannst dich nicht bewegen wenn du schießt so gut wie gar nicht mehr okay dann los da musst du aber weglocken die viecher ja ja bevor sie mich angreifen ein wurm weg ein wurm weg so einmal weglocken dann muss ja ich muss das heilen fast tot los heile dich ich habe noch ein magazin das hat doch kommt hinter die bauer wie ich mein handy hasse nach hat doch hat doch gut dann würde ich sagen hau rein bis nächstes mal und tschüss